Das ist das neue Mount, Chaos-Kisten-Mount der Woche. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Truth. Mein Name ist Daniel Pi und wie ihr gerade seht, seht ihr im Hintergrund, wie ich Chaos-Kisten öffne. Ihr seht also, was diese Woche drin ist, wichtiges. Einmal jetzt kommt gleich das handelbare Mount und zwar, mal gucken, das Dance-Patch. Wenn ihr es nicht habt, kauft euch das diese Woche. Das ist nämlich sonst ziemlich teuer, diese Woche also relativ günstig im Markt zu kaufen, selbst wenn ihr das dann noch nicht selber ziehen würdet. Und dann kam jetzt das Mount, was diese Woche drin ist. Wir schauen uns das später an, machen jetzt die Quest. Wie man sieht, oben rechts Shapes und Ernten. Ich habe das ziemlich stark geschnitten jetzt, das Video. Die Quest hat relativ lange gedauert. Und wie ihr seht, habe ich erst Shapes und Erntet. Das ist also unwichtig. Wir gehen sofort in die wichtigen Quests. Die zweite ist Drohnen töten im Cursed Vale. Cursed Vale-Gebiet einfach reingehen. Das ist das E. Das Liederländer-Portal. Da geht ihr rein. Und wie man sieht, sind da einfach Gegner. Ihr zerstört die einfach nur, die Gegner ganz einfach, wie man sieht. Bam, habt das abgeschlossen. Dann müsst ihr Formizid ernten. Formizid habe ich jetzt in U5 geerntet. Da könnt ihr jedes beliebige Gebiet nehmen. In U5 war es jetzt bei mir am einfachsten. Und bitte nicht wundern, dass ich das wirklich stark geschnitten habe. Insgesamt dauerte die Quest doch schon relativ lange. Ich dachte, man kann die ein bisschen schneller machen. Einige der Parts sind ein bisschen doof. Ich erkläre euch gleich welche. Und vor allem dann auch ein paar Tipps, wie man das abkürzen kann. So, danach muss man Miners im Haunted Isle Caves besiegen. Theoretisch müsstet ihr da, wie es da oben drin steht, in den Wasserwelten rein. Aber ich zeige euch das, wie ich das gemacht habe. Ihr bleibt einfach in U5, da wo ich Formizid gefarmt habe, und besiegt hier die ganzen Gegner. Ganz einfach. Wie man das sieht, einfach besiegen. Die ganzen Kleen hier, die zählen alle auch, wenn man da woanders hingehen sollte normalerweise. Falls ihr woanders hingehen müsst, weil die vielleicht das patchen, kann ja passieren. Dann halt in der Wasserwelt. Und dann halt zu den Cursed Vale von dem Bereich. Haunted Isles sind also die Cursed Vale Bereiche aus dem Gebiet. Wenn ihr es probieren könnt, macht es lieber hier. Geht viel schneller. Danach muss man Crystal Light Clouds Farm einfach in Skyrim reingehen und diese weißen Dinger ernten. Das geht so schnell, dass ich sogar den kompletten Run einblenden konnte, in dem Video, wie man sieht. Das war die erste Ader. Und damit war ich schon fertig. Und weil das so schnell war, habe ich gedacht, ach komm, machst du noch eine. So, als nächstes Oversea in Highlands. Da geht dem Cursed Skyrim rein, also Cursed Skylands meine ich rein, und besiegt die da. Die sind hier häufiger als im Dragonfire-Gebiet, fand ich persönlich. Deswegen gar nicht so schlecht. Das sind die Gegner, die haben so eine Glaskuppel auf dem Kopf. Nur die zählen, keine anderen. Die gleichen Gegner gibt es nochmal ohne Glaskuppel, die zählen allerdings auch nicht. Also müsst ihr die mit den Glaskuppeln auf dem Kopf suchen. Ist ziemlich nervig, muss man sagen. Ja, hat auch relativ lange gedauert. Oben rechts könnt ihr mir die Zeit übrigens sehen. Ne, ihr könnt da von Anfang bis Ende einfach mal durchschalten und gucken, wie viele Stunden das insgesamt gedauert hat. Keine Ahnung jetzt. Ich habe durchgehend die Aufnahmen am Laufen gehabt. So, dann die nächste Quest. Im Fee-Forest muss man diese gleichen Gegner besiegen. Ich habe ganz kurz eingeblendet, wie es im Fee-Forest aussieht. Es ist elendig, langweilig und scheiße. Macht es auch im Dragonfire-Gebiet. Da findet ihr die trotzdem noch häufiger. Und dann seid ihr auch schon fertig mit dieser Quest. Im Dragonfire-Peaks geht die relativ zügig. Und dann müsst ihr direkt danach, könnt ihr dann gleich da bleiben, könnt ihr die fetten, die ihr da seht, müsst ihr dann diese fetten Bots hier besiegen. Wenn ihr Glück habt und einmal eine Höhle findet, in der kein anderer ist, dann könnt ihr die immer wieder aushöhlen und einfach eine Runde laufen. So habe ich das hier gemacht. Die war relativ zügig, die Quest. Ja, das war der vorletzte. Jetzt noch den letzten. Den habe ich da gefunden. Bäm. Einfach mal getötet. Die Quest abgeschlossen, weil das echt schon nervig war. Ich habe im Fee-Forest, glaube ich, 10 oder 15 Stück gefahren. Das hat ewig gedauert. Und dann habe ich die letzten 10 innerhalb von ein paar Minuten im Dragonfire-Peaks gemacht. Ja, und jetzt seht ihr, zum Schluss noch Infimium geerntet. Da seht ihr das Ally und das Dance-Pad einfach alternativ, was ihr diese Woche holen solltet. Dass Ella Wessel mit der 10. Belohnung bekommt. Die Belohnungen habt ihr oben rechts immer gesehen. Es gibt Empowered Gameboxen, Chaos-Kisten, Lesser-Dragon-Cash, die man übrigens handeln kann für die Leute, die lieber Flux haben wollen. Und, naja, sonst nicht viel. Das ist das neue Mount, Chaos-Kisten-Mount der Woche. Zeige ich natürlich auch nochmal. Und das war die ganze Quest-Reihe. Das Video ist wirklich stark komprimiert. Ich hoffe, es ist nicht zu stark komprimiert, dass ihr trotzdem noch erkennt, was ihr machen müsst. Wenn nicht, guckt euch dieses kleine Stück nochmal an, wenn ihr in irgendeiner Quest festhängen solltet. Dragonfire Peaks ist immer eine gute Alternative. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von True. Ciao.